Der Berg von Heinz Erhard Hätte man sämtliche Berge der ganzen Welt zusammengetragen und übereinandergestellt und wäre zu Füßen dieses Massivs ein riesiges Meer, ein breites und tiefs und stürzte nun unter Donnern und Blitzen der Berg in dieses Meer, na das wird spritzen. Ja, ich bin Axel Trauch, der Mann von Marco Schneider und wenn Sie in den nächsten Tagen vielleicht ein Buch nach Hause geliefert bekommen vom Taubenexpress, dann könnte ich das gewesen sein.